Hallo, ich bin heute auf dem sechsten LVR-Dialog für Inklusion und Menschenrechte, der ist hier hinter mir. Hier stellt sich der LVR den Fachfragen von verschiedensten Kolleginnen, von Selbstvertretungsverbänden, von Menschen mit Behinderung. Und wir gehen jetzt einfach mal ganz schnell rein und hören uns an, was da alles so besprochen wird. Bloß die Menschen mit Behinderung als Betroffene sollen genauso erfahren, wie der Blick auf das System ist, in dem sie leben, in das sie mitgestalten. Und deswegen müssen wir mit ihnen dazu ins Gespräch kommen. Und gemeinsames Gestalten ist ein Gemeinschaftswerk. Ich möchte das ganz deutlich sagen, das ist die Haltung dieses Verbandes. Und deswegen ist auch diese Veranstaltung als eine Gemeinschaftsveranstaltung gewollt und konzipiert. Für uns geht es immer um Selbstbestimmung. Es geht um Selbstbestimmung und das ist doch irgendwie auch klar. Es ist doch klar, dass es uns am besten geht, wenn wir selbst darüber bestimmen können, was für uns gut und wichtig ist. Und dass wir uns am besten fühlen, wenn wir selbst Verantwortung für unser Leben tragen. Und dass wir uns am besten sehen, wenn wir uns am besten sehen, dass 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 wir uns